Welche Rentenzeiten zählen zur Grundrente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Als Zeiten zur Grundrente zählen Kalendermonate mit Pflichtbeitragszeiten für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit. Auch eine Pflichtversicherung für Antrag zählt mit dazu. Berücksichtigungszeiten für die Kindererziehung. Kindererziehungszeiten. Zeiten der Pflege nahe Angehöriger. Wehrdienstzeiten. Zeiten des Bezugs von Krankengeld und auch Insolvenzgeld. Zeiten des Bezugs von Kurzarbeitergeld oder Schlechtwettergeld. Und auch nicht zu vergessen Zeiten des Bezugs von Übergangsgeld und sogenannten Ersatzzeiten. Unter Umständen zählen auch Kalendermonate für Grundrentenzeiten, wenn man freiwillige Beitragszeiten geleistet hat, die als Pflichtbeitragszeiten gelten. Es soll nach dem Willen des Gesetzgebers einen weichen Zugangskorridor eine Gleitzone geben für diejenigen Versicherten, die in einem überschaubaren Zeitraum vor den 35 Jahren die Wartezeit von 35 Jahren noch nicht erfüllt haben. Wie genau das aussehen soll, können wir Ihnen oder kann ich Ihnen heute noch nicht genau sagen. Dazu muss ich den Gesetzentwurf noch abwarten. Näheres zum Thema Grundrentenzeiten finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.